RootKit. Was ist eigentlich genau ein RootKit? RootKits sind Programme, die außerhalb der normalen Betriebssystemumgebung laufen und Schaden anrichten. Sie nisten sich im Kernel des Systems oder auch direkt in der Hardware ein und können so von herkömmlichen Antivirenprogrammen nicht so einfach erkannt werden. RootKits treten oft in Kombination mit anderer Mailware auf.